Hallo, hier ist Alex Ross von Sun, Fun and Secret. Heute habe ich neben mir, es ist mir eine große Ehre, den bekannten DJ Oskurve von Austria, Österreich, bekannt weltweit mit seinen Hits von damals in den 80ern, 90ern und natürlich von heute. Der neue Partyhit wurde heute abgedreht, das Video heißt Tiamo und erzähl mir was darüber. Also der Dreh war heute sehr, sehr cool, wir hatten schönes Wetter, viel Wasser, schöne Mädchen im Video, Big Daddy war dabei, Enzo war dabei, super Kamerateam, also das können Sie sich alle überraschen lassen. Und der Song ist... San Francisco war auch dabei? Ja, war auch dabei. Und erzähl mir, wann können wir das erste Mal was von dir hören, von dem neuen Song? Den neuen Song spielen sie eh schon in diversen Lokalen hier in Mallorca, aber die große Promotion hat jetzt begonnen, weil der Beatle erst am 19. Juli rauskommt. Wann wird das Video fertig sein? Auch am 19. Juli. Ja, es kommt alles, die VÖ, also man kann es dann kaufen bei Musical und iTunes und so weiter und das Video bei YouTube. Also es heißt, ab dem 19. Juli wird es auf allen Lautsprechern in ganz Europa ertönen? Hoffentlich, hoffentlich. Auch über den Ozean? Ja, hoffentlich. War es ein heißer Tag heute? Ja, sehr heiß. Wunderschön. Haben die Medals dich heiß gemacht? Naja... Hast du geschwitzt? Ich habe schon geschaut, aber durch den Drehen wenig Zeit gehabt. Auf jeden Fall hast du einen heißen Tag hinter den Platten deiner Pöpere. Richtig. Es ist mir eine Ehre, dass du bei uns warst bei San Francisco. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder und darf dich demnächst bei einer Live-Show bewundern. Dankeschön. Ciao. Alex Ross. Ciao. San Francisco. Tschüss.